beschäftigen wird. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr verehrte Gäste, liebe Freundinnen und Freunde, sehr verehrter Herr Botschafter Aschraf, ich freue mich, dass Sie bei uns sind hier heute. Herzlich willkommen. Ich möchte Sie alle ganz, ganz herzlich willkommen heißen zu unserer Konferenz zehn Jahre nach Petersberg, wo steht Afghanistan heute. Ganz besonders willkommen heißen möchte ich alle unsere internationalen Gäste. Ich bin sehr, sehr glücklich, wir als Stiftung sind sehr, sehr glücklich, dass wir eigentlich alle, die wir zu dieser Konferenz als Rednerinnen und Redner haben wollten, zugesagt haben. Das ist wirklich eine Ehre für uns und ich möchte mich hier an dieser Stelle schon sehr herzlich bei allen Referentinnen und Referenten bedanken. Ganz, ganz besonders willkommen heißen möchte ich natürlich unsere zahlreichen Gäste aus Afghanistan. Sie stehen hier und heute im Mittelpunkt dieser Konferenz, weil es uns um nichts anderes geht, als die Erwartungen, die Perspektiven, die Analysen und Sichtweisen afghanischer Menschen, Frauen und Männern, Vertreter der afghanischen Zivilgesellschaft hier und heute eine Stimme zu geben, ihnen Gehör zu geben, ihre Perspektiven kennenzulernen und Erwartungen darauf, wie sie auf Afghanistan blicken, wenn es darum geht, wie ihr Land aussieht, wenn die Sicherheitsverantwortung an die afghanische Regierung übergeht und die internationalen Truppen, so ja das Ziel, sich bis 2014 zurückgezogen haben werden. Der Petersberg, das möchte ich hier kurz anmerken, ist ein zentraler Ort in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Dort wurde im November 1949 das Petersberger Abkommen zwischen der deutschen Bundesregierung und den Alliierten geschlossen. Die deutsche Bundesregierung hat sich 1949 zu den Grundsätzen der Freiheit, Toleranz und Menschlichkeit bekannt und versprochen, jegliches Wiederaufleben totalitärer Bestrebungen zu verhindern. Ich denke, es war deshalb ein sehr angemessener Ort, 2001 auf den Petersberg einzuladen und dort die erste große Konferenz abzuhalten, die sich damals, 2001, ja auch mit nichts anderem als damit beschäftigt hat. Wie kann Frieden einkehren in Afghanistan? Damals, 2001, als die erste Petersberger-Konferenz stattgefunden hat, zur Geschichte Afghanistans ging es um Befriedung, Demokratisierung und den Wiederaufbau Afghanistans. Wir werden heute im Rückblick auch auf diesen Zeitraum und die Erwartungen von damals eingehen. Die auf die Petersberg-Konferenz 2001 folgenden UN-Resolutionen legitimierten den demokratischen Transitionsprozess und das zivile und militärische Engagement der internationalen Gemeinschaft. Heute, zehn Jahre später, reden wir längst über eine neue Transitionsphase. Seit Juli 2011 hat die afghanische Regierung die Sicherheitsverantwortung für drei Provinzen, darunter auch die Provinz Kabul inklusive der Hauptstadt Kabul und vier Provinzhauptstädte übernommen. Ausgenommen ist der Distrikt Surubi, der in der Provinz Kabul liegt. Den Abzug der Truppen haben die beteiligten NATO-Partner für spätestens 2014 angekündigt. Die Transition soll abgeschlossen sein, so die Rhetorik, wenn die afghanische Regierung in der Lage ist, selbst Sicherheit im Land zu gewährleisten und wenn sie für die Bevölkerung grundlegende Basisdienstleistungen bereitstellen kann. Diesen klaren zeitlichen Rahmen schon vorab auf 2014 zu terminieren, beleuchtet, um was es letztendlich geht. Die kriegsmüden Regierungen der Eishauptruppensteller wollen so schnell wie möglich raus aus Afghanistan. Angesichts der begrenzten militärischen Erfolge und der vielen Opfer auf allen Seiten ist ein Strategiewechsel wie in die USA und dann die NATO, ISAF eingeleitet haben, aus unserer Sicht durchaus nachvollziehbar. Die Zeit der Übergabe der Sicherheitsverantwortung ist also knapp bemessen. In drei Jahren soll diese Übergabe gelingen. Kann ein Abzug in Verantwortung, der den Namen auch verdient, überhaupt gelingen? Es ist eine der Fragen, mit der wir uns heute hier beschäftigen werden. Dass der Kampf mit den afghanischen Aufständischen nicht militärisch gewonnen werden kann, wurde in den letzten Jahren nahezu mantra-gleich, ob von Politikern oder von Militärs, aber auch von der Zivilgesellschaft immer wieder vorgetragen. Die Suche nach tragfähigen politischen Lösungen und eine stärkere Konzentration auf den zivilen und institutionellen Aufbau wurde in den letzten Jahren bei allen Fortschritten, das möchte ich hier ganz deutlich sagen, jedoch sträflich vernachlässigt. Nun, unter großem Zeitdruck ist allenthalben die Rede von einem politischen Prozess und von Friedensgesprächen. Aber was wäre denn ein akzeptabler und zugleich realistischer politischer Zustand für das Land nach Abzug der Truppen? Wer soll mit wem worüber verhandeln? Und, das ist die Frage, die uns und die Zivilgesellschaft besonders umtreibt, wer sitzt am Tisch bei diesen Verhandlungen? Erst vor wenigen Tagen hat die Lawyer Jirga in Kabul über eine strategische Partnerschaft mit den USA für die Zeit nach dem geplanten Abzug diskutiert. In der Abschlusserklärung der Versammlung werden zahlreiche Bedingungen für das Abkommen, das auch eine Stationierung von US-Soldaten für die Zeit nach dem Abzug der internationalen Kampftruppenente 2014 vorsieht, formuliert. Formell bindenden Charakter haben die Beschlüsse der Lawyer Jirga von letzter Woche natürlich nicht. Gleichwohl kündigte Präsident Kassai an, diese als Anweisung, als Richtschnur, als Orientierung aufzufassen. Wir alle wissen, die Vereinigten Staaten von Amerika haben definitiv ein strategisches Interesse an einem dauerhaften Stützpunkt in Afghanistan. Das scheint selbst zwischen den politischen Lagern in den USA nicht umstritten zu sein. Hier gibt es so etwas wie eine Verständigung auch zwischen Republikanern und Demokraten in den Vereinigten Staaten. Welche Funktionen aber eine weitere militärische Präsenz der USA und auch anderer Partner in Afghanistan übernehmen soll, ist bislang offen, auf jeden Fall nicht transparent, nicht öffentlich bislang erklärt. Dient diese Präsenz der amerikanischen Militärs ausschließlich der Aufstandsbekämpfung mit punktuellen Einsätzen gegen aufständische und terroristische Gruppen in Afghanistan, aber auch in Pakistan oder auch einer Stabilisierung und Befriedung Afghanistans. Die Erwartungen an die Bonner Außenministerkonferenz, die ja Anfang Dezember in Bonn stattfinden wird, sind diesbezüglich hoch. Wir wissen, dass unter anderem unsere Bundesregierung das Auswärtige Amt Interesse hat, möglichst vor oder während der Bonner Konferenz zu erfahren, wie denn nun die zukünftige strategische Partnerschaft zwischen den Vereinigten Staaten und Afghanistan aussehen wird. Konsequent im Sinne des Übergabe- und Abzugsprozesses scheint auch der Versuch, mit den aufständischen Gruppen in Afghanistan selbst ins Gespräch zu kommen. Dieser Prozess stagniert. Mit der Tötung des Chefs des Hohen Friedensrats, Rabbani, haben die Taliban ihre Stärke eindrücklich leider gezeigt und die Schwäche Kassais bewiesen und mit Rabbani eine Schlüsselperson in diesem Prozess des Hohen Friedensrates eliminiert. Wie lässt sich der Krieg mit den Taliban beenden? Wer kann und will mit den Taliban verhandeln und dabei gleichsam sein Leben riskieren? Zudem ist der Prozess für weite Teile der Bevölkerung und die Zivilgesellschaft intransparent. Kaum einer in Afghanistan weiß wirklich, wer mit wem was worüber verhandelt. Die Gefahr, dass am Ende diejenigen auf der Strecke bleiben, die vom Aushandlungsprozess ausgeschlossen worden sind, ist groß. Bei einer Losung Recht gegen Sicherheit drohen Menschenrechte und vor allem Frauenrechte auf der Strecke zu bleiben. Die verschiedenen Fraktionen der Aufständischen von Mullah Omar bis zum Haqqani Netzwerk, sie alle machen wiederum den vollständigen Abzug amerikanischer Truppen und Sicherheitsberater zur Vorbedingung jeglicher Verhandlungen. Ein schwieriger, ein langwieriger Weg für eine Befriedung Afghanistans. Ich glaube, alle hier wissen das. Wir alle, die ein Interesse daran haben, dass Afghanistan nicht in einen neuen Bürgerkrieg zurück oder einem erneuten Taliban-Regime anheim fällt, für alle diejenigen, die eine verantwortungsvolle Übergabe ernst meinen und wollen, stellt sich mit Dringlichkeit die Frage, in welche Richtung sich Afghanistan während der Transition bis 2014 und danach entwickeln könnte. Einflussfaktoren gibt es viele. Dazu gehören innerafghanische und regionale Machtkonstellationen. Auch darüber werden wir heute reden. Dazu gehören das internationale Engagement beim zivilen Aufbau und dazu gehört selbstverständlich die Art und die Zukunft der militärischen Präsenz der jetzigen NATO-Partner, die in Afghanistan aktiv sind. Die internationale Afghanistan-Konferenz Anfang Dezember in Bonn will uns jedenfalls zu drei zentralen Fragen, die uns allen auf den Nägeln brennen, Antworten bieten. Zu diesen drei zentralen Fragen gehört, wie gestalten sich die zivilen Aspekte der Verantwortungsübergabe an die afghanische Regierung bis 2014. Die afghanische Regierung, die die Verantwortung für die Tagesordnung der Bonner Außenministerkonferenz hat, sagt ganz klar, dass die Bonner Konferenz keine Sicherheitskonferenz sein soll, sondern vor allem eine, die sich mit der Zukunft Afghanistans, mit längerfristigen Perspektiven des Aufbaus, der ökonomischen Perspektive auseinandersetzen soll. Dennoch wird es auf dem Petersberg natürlich vor allem darum gehen, wie verbindlich wird sich der Westen über 2014 hinaus zivil in Afghanistan organisieren und die Bonner Konferenz wird sich damit beschäftigen, wie der politische Prozess regional wie national aussieht für eine dauerhafte Stabilisierung des Landes. Wo steht Afghanistan heute? Das ist der Titel unserer eintägigen Konferenz heute. Die Perspektiven der Zivilgesellschaft auf die aktuelle politische Situation in Afghanistan und ihre Forderungen für eine Zukunft Afghanistans stehen im Mittelpunkt dieser Außenministerkonferenz. In Bonn selbst am 2. und 3. Dezember werden insgesamt 34 Vertreterinnen und Vertreter der afghanischen Zivilgesellschaft im Rahmen des zivilgesellschaftlichen Forums in Bonn ihre Forderungen an die Außenministerkonferenz präsentieren. Welche Garantien, auch Sicherheitsgarantien, für die Zeit nach dem Abzug braucht die afghanische Zivilgesellschaft, damit sie Freiraum hat, damit sie handeln und agieren kann für ein demokratisches, in der Perspektive wenigstens demokratisches und an Menschenrechten orientiertes Afghanistan? Was kann, was soll und will die internationale Gemeinschaft zum ökonomischen und institutionellen Aufbau des Landes beitragen? Das alles wollen die afghanischen zivilgesellschaftlichen Akteure in die Außenministerkonferenz einbringen. Zivilgesellschaftliche Organisationen haben sich in den letzten Jahren in Afghanistan in einer großen Vielfalt entfaltet. Ich freue mich sehr, dass hier heute Vertreterinnen und Vertreter einiger dieser Organisationen aus Afghanistan, wie die unabhängige Menschenrechtskommission oder das Afghan Civil Society Forum hier heute bei uns mit ihren Vertreterinnen sind. Sie werden alle hier heute erleben auf den Podien mit Beiträgen. Noch mal ein kleiner Rückblick auf 2001. 2001 bei der Petersberg-Konferenz fand bereits parallel in Königswinter eine Zivilgesellschaftskonferenz statt. Alle, die damals schon dabei waren und einige sind ja im Raum, wissen, wie improvisiert diese damalige zivilgesellschaftliche Konferenz 2001 in Bonn in Königswinter zustande gekommen ist. Auch wir haben uns damals bereits spontan und mit viel Begeisterung und Enthusiasmus an dieser Zivilgesellschaftskonferenz mit Akteuren und Akteurinnen und Akteuren beteiligt, die über die letzten zehn Jahre mit einem Engagement, mit viel Mut, mit viel Kraft daran mitgewirkt haben, dass Afghanistan Frieden findet, dass Afghanistan Rechtsstaatlichkeit findet, dass in Afghanistan Menschenrechte praktiziert werden. Ich möchte an dieser Stelle allen, allen, nicht nur denjenigen, die hier im Raum sind, für dieses Engagement der letzten zehn Jahre einmal ganz, ganz herzlich danken und ich glaube, alle würden mich auch über einen Applaus freuen, über dieses Engagement derjenigen Menschen. Wir als Heinrich-Böll-Stiftung unterstützen seit 2002 sehr konsequent zivilgesellschaftliche Akteurinnen und Akteure. Seit 2003 haben wir als Stiftung eine Büroadresse in Kabul und seit 2005 ein festes Büro mit festen Strukturen mit verschiedenen entsendeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wir unterstützen Frauenorganisationen und Friedensakteurinnen auf allen Ebenen. über die Jahre ist die Heinrich-Böll-Stiftung zu einer wichtigen Anlaufstelle für verschiedene zivilgesellschaftliche Organisationen geworden und wir sind auch ein wichtiger Ort für Treffen, Begegnungen von Parlamentarierinnen, um sich auszutauschen, sich zu organisieren und sich zu vernetzen. Gleichzeitig, und ich glaube, auch das haben wir in den letzten zehn Jahren mehrfach bewiesen, nehmen wir als Heinrich-Böll-Stiftung unsere Vermittlerrolle zwischen deutscher und afghanischer Öffentlichkeit sehr ernst. Es ist ein Auftrag politischer Stiftungen, hier in Deutschland in differenzierter Weise über Entwicklungen in den Ländern, in denen wir präsent sind, zu reden, zu berichten, auch aufzuklären und ich glaube, das haben wir durch viele Veröffentlichungen, durch viele Veranstaltungen mehr als einmal unter Beweis gestellt. Es überrascht also nicht, dass wir auch jetzt, zehn Jahre später, wieder dabei sind, wenn es darum geht, ein zivilgesellschaftliches Forum im Vorfeld der Bonner Konferenz mit zu organisieren. Das zivilgesellschaftliche Forum wird von der Konrad-Adenauer-Stiftung verantwortlich und federführend in Absprache mit der Heinrich-Böll-Stiftung, der Friedrich-Ebert-Stiftung und der Friedrich-Naumann-Stiftung für Freiheit organisiert. Es gibt also, das zeigt schon diese Konstruktion, bedeutende Unterschiede zur zivilgesellschaftlichen Konferenz 2001. Der kommenden zivilgesellschaftlichen Konferenz in Bonn vorausgegangen ist ein intensiver Abstimmungs- und Konsultationsprozess der afghanischen Zivilgesellschaft in Afghanistan. Unter der Moderation der unabhängigen afghanischen Menschenrechtskommission wurde ein inklusiver und transparenter Meinungsbildungsprozess organisiert. Im Ergebnis hat die afghanische Zivilgesellschaft nun Politik-Empfehlungen mit Blick auf die Konferenz in Bonn formuliert. Diese Politik-Empfehlungen liegen draußen aus und sie werden heute im Rahmen einer Pressekonferenz der Weltöffentlichkeit vorgestellt. Alleine die Tatsache, dass sich unterschiedlichste afghanische zivilgesellschaftliche Vertreterinnen und Vertreter in einen langen Austausch in Vorbereitung auf diese Politik-Empfehlungen begeben haben, ist ein ganz großer Schatz an sich, ein großer Wert an sich. Denn es ist kein Geheimnis, die afghanische Zivilgesellschaft ist wie überall auf der Welt heterogen, sie ist vielfältig in ihren politischen Interessen und natürlich, wie soll es anders sein, auch nicht frei von ethnischen Spaltungen. Die Politik-Empfehlungen sind deshalb der Konsens und die Kompromisse des Abstimmungsprozesses in Afghanistan. Und ich möchte hier an dieser Stelle demjenigen, der diesen sehr komplizierten und schwierigen Prozess moderiert hat, Fahim Hakim, ganz ganz herzlich willkommen heißen und gratulieren für diese tolle und für dich auch manchmal sehr, sehr schwierige Aufgabe. Ganz ganz herzlichen Dank für deine Leistung. Es wurden nicht nur Politik-Empfehlungen entwickelt, sondern zudem 34 Delegierte gewählt, die Anfang Dezember nach Bonn reisen werden und im Rahmen des Zivilgesellschaftlichen Forums natürlich auch dort ihre Politik-Empfehlungen präsentieren werden, sie mit der internationalen NGO-Community diskutieren. Sie präsentieren unter anderem dem deutschen Außenminister und sie präsentieren dem afghanischen Außenminister, die beide angekündigt haben, dass sie beim Zivilgesellschaftlichen Forum in Bonn zu Gast sein werden. Gewählt wurden also 18 Männer und 16 Frauen. Auch dieses fast paritätische Ergebnis ist ein ganz ganz großer Erfolg des Moderationsprozesses vor Ort. Aus der Mitte der 34 Delegierten wurden außerdem zwei Sprecher gewählt, auch hier ein Mann und eine Frau. Und ich freue mich ganz ganz besonders, dass die Sprecher und Sprecherinnen nicht nur jetzt schon bei der Astana-Konferenz ihre Politik-Empfehlungen haben präsentieren können, sondern dass auch einige der Delegierten hier neben dem Moderator Fahim Hakim heute bei uns zu Gast sind und die Politik-Empfehlungen auch selbst repräsentieren werden. Wir haben als Heinrich-Böll-Stiftung gemeinsam mit der Friedrich-Ebert-Stiftung und unterstützt von der Konrad-Adenauer-Stiftung diesen Prozess vor Ort unterstützt, so gut es geht, möchte hier aber in aller Klarheit sagen, unser allerwichtigstes Ziel war, dass wir uns als westliche Akteure nicht in die Inhalte dieses Prozesses einmischen. Die Inhalte werden also ganz alleine von den afghanischen Akteurinnen und Akteuren, deren Delegierten vertreten. Mit der heutigen Konferenz, ich sagte es schon, wollen wir zusätzlich zum Forum in Bonn einen weiteren Beitrag dazu leisten, Stimmen aus Afghanistan und der Region zu Wort kommen zu lassen. Gemeinsam mit unseren Gästen aus der Region möchten wir über den aktuellen Stand der politischen Entwicklungen, der Tragfähigkeit der demokratischen Institutionen und der Rechtsstaatlichkeit in Afghanistan diskutieren. Wir wollen vor allem auch mit dem ersten Podium einen Blick zurückwerfen. Wir wollen aber, das ist uns das Hauptanliegen, vor allem in die Zukunft blicken und hier den schwierigen, schwierigen Prozess, vor dem Afghanistan steht, facettenreich und aus verschiedenen Blickwinkeln diskutieren. Ich möchte ganz am Ende meiner Anmerkungen hier ganz ganz herzlich all denjenigen danken, die diese Konferenz mit vorbereitet haben. Mein ganz besonderer Dank geht natürlich hier auch nochmal an alle internationalen Gäste, an die afghanischen Gäste, die einen weiten Weg hinter sich gebracht haben, um hier mit uns zu diskutieren. Ich möchte aber diese Stelle bereits nutzen, um den Kolleginnen und Kollegen der Heinrich-Böll-Stiftung, die diese Konferenz inhaltlich, konzeptionell und organisatorisch mit Leben gefüllt haben, danken. Ich möchte ganz besonders danken Bente Scheller. Sie ist noch unsere Leiterin im Büro Kabul in Afghanistan. Draußen steht ein schöner Kinderwagen. Sie ist derzeit in Elternzeit, aber sie ist heute bei uns und wird gleich die Gäste des ersten Podiums vorstellen und das erste Podium moderieren. Bente Scheller hat ganz wesentlichen Anteil am Konzept dieser Tagung und sie hat natürlich auch einen großen Anteil daran, dass wir über die Jahre eine, wie ich meine, wunderbare Partnerschaft auf Augenhöhe mit afghanischen Nichtregierungsorganisationen, mit der afghanischen Zivilgesellschaft, mit den Parlamentarierinnen und Parlamentariern, mit Medien aufgebaut hat. Ein großes Dankeschön geht natürlich auch an das gesamte Asien-Team, dort besonders an den Referatsleiter der Asien-Abteilung, Thorsten Vollberg und an Caroline Bertram für all eure Vorbereitungen. Und es geht natürlich auch hier schon ein Dankeschön an das Tagungsbüro, an unsere Öffentlichkeitsarbeit, weil diese Konferenz hier heute versuchen wir nicht nur hier über eine gute Öffentlichkeit herzustellen, sondern sie auch medial zu vervielfältigen. Wir haben ein wunderbares Web-Dossier auf unserer Website, das sich seit mehreren Monaten mit den verschiedensten Analysen, verschiedensten Wünschen und verschiedensten Perspektiven bereits auseinandersetzt. Besuchen Sie diese Website, wenn Sie über den heutigen Tag hinaus Wunsch und Bedarf nach vielfältigen Informationen haben. Mir bleibt hier nur noch, ich wünsche uns allen einen guten, fruchtbaren Austausch mit viel Analyse, mit viel Perspektive und hoffentlich auch viel Hoffnung für eine Zukunft im Frieden in Afghanistan. Das ist das, was uns hier antreibt. Herzlichen Dank. Applaus